Hallo und herzlich willkommen zurück zu King of Hearts 2. Im letzten Part haben wir ja die Arena des Alums beendet. Und hier hinten eine neue Welt. Ich war hier schaltet nämlich Schloss Disney. Und da werden wir jetzt mal landen. Ja, genau. Nicht das Schloss hier ist auch in Gefahr. Und wir hören schon an der Musik. Hier sind Herzlose. Und zwar keine netten Herzlosen. So wie damals in Halloween Town. Ja, ich glaube mit denen musste man aufpassen. Die können nicht explodieren. 100% Level Up. Das ist auch sehr schön. Kommen wir an den Puzzleteil schon rein. Ja, ok. Ja, genau. Von dem habe ich geredet. Um, front, front, front. Und... Ah ne. Ok. Das ging auch noch. So, dann können wir auch weit gehen. Und hier sind auch noch mehr Herzlose. So, einfach mal ignorieren und direkt dorthin wo wir hin sollen. Nicht in die Bibliothek. Und hier ist eine verlorene Seite. Und hier sind los. Ganz gut鬼 Flосьbos, geh an zu Niem bookmark嗎? Ja. Wo ist der rei? Entschuldigung, das ist unsere Freundin Zora. Zora! Der rei me sagte alles über dich in seinen Lettern. Er sagte, du bist ein sehr brav junger Mann. Also, du kennst du wo er ist? Die Majestin, was du Heartless machst du in dein Kastell? Oh mein, so das sind die Heartless. Nehmt dich, wir nehmen sie. Ich weiß, dass ich dich betrachten kann, Zora. Jetzt gibt es etwas, was ich alle von Ihnen kommen und sehen. Bitte, ich mich in die Publikum? Ich habe vergessen, dass alle anderen in der Kastell über die Gefahr sind. Wir müssen sicher sein, dass sie irgendwo geblieben sind. Okay, wir gehen und erzählen sie. Der Old Kastell? Wir haben einfach geschlossen, Donald. Ich werde sicher, dass alle wissen, was passiert. Nein, Zora. Du hast nur geblieben. Okay, dann bleibe ich mit der Queen. Gut. Okay, dann sehen wir später. Ähm, die Publikum, richtig, Frau? Ja, Zora. Lass uns auf den Weg gehen. Hm. Genau. Und jetzt müssen wir... äh, Königin Miki... äh, Mini... äh, begleiten. Und das kann... auch eine sehr schwierige Mission sein. Mal zu vorschauen, wie mal was der Kupo alles hat. Beziehungsweise geben wir mal... die ganzen Sachen ab. Wir haben eine neue Formel. Und einen Gegenstand zu mir herstellen können. an Stufe 3... ist schon mal wieder... sehr gut. So... Okay, dann gehen wir doch mal... zurück. Wir müssen jetzt... Königin Miki beschützen. Wir müssen jetzt... wir müssen... Ja, ich habe mich nicht mehr zu sehen, dass ich mich nicht mehr zu sehen. Großen Tür bringen. So, was soll ich jetzt eigentlich gleich geschafft haben? Let's go! No! This way! Ah, verdammt. This way! Let's go! So. Gerade noch geschafft. Let's go! Tja, auch typisch, das ist eine riesen Tür, aber nur so ein kleiner Eingang. Ah, verdammt. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Ah, verdammt. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Let's go! Nice! This way! Let's go! Nice! Wir sollten einfach nur ganz schnell auf die andere Seite des Raums. Let's go! This way! This way! Go! Nice! Okay. Hm. This way! Let's go! Let's go! Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Let's go! Let's go! Let's go! Und nochmal. This way! Let's go! Let's go! Und... Was sollte das eigentlich gewesen sein? Was sollte das eigentlich gewesen sein? This way! Let's go! 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 Huh? Oh! Der Runde unten ist die Hall of the Cornerstone. Unsere Kastel hat immer wieder geschaut von Worlds, die evil sind. Dank der Cornerstone of Light, die wir dort halten. Die Cornerstone of Light? Das ist der Kastel von Kastel. Oh, aber schau mal. Die Thorn, sie müssen die Arbeit von jemandem sehr schweig. Ich frage mich, was das bedeutet. Huh? Magnificent! Keine Weise! Well, 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 what have we here? If it isn't the wretched Keyblade Holder and his pitiful lackeys. What? Now you're gonna deal with me! All in good time. I promise you'll be able to partake of my vengeance, but you must be patient. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. You'd better stop right now if you know what's good for you. Ooh, how frightening. Very well. I'll stop. Just as soon as the castle belongs to me. What a hag! Nothing like this has ever happened before. I looked through all the records in the library, but I couldn't find a single clue. Oh! Huh? Wir sollten jemanden fragen, der viele Dinge weiß, die nicht in einem Buch sind. Merlin der Resson! Ja, das ist perfekt. Merlin könnte nur etwas wissen, was über diesen Bisschen ist. Lass uns seine Tipps fragen. Wir sahen ihn in Hollow Bastion, richtig? Ja, los geht's! Nächste Aufgabe, wir sollen zurück nach Hollow Bastion und mit Merlin sprechen. Machen wir das doch gleich mal. Oh, das ist du. Es sieht aus, dass du ein bisschen gelernt hast, seit der letzte Mal, dass ich dich gesehen habe. Wirklich? Warte mal! Wir sprechen über den Problem. Es ist Magnificent. Sie ist zurück. Wo? In der Kastel? Ja, und auch Herz. Oh, mein Gott. Magnificent will sie sich über die ganze Kaste und es haben. Sie hat eine kleine Kaste und sie hat eine kleine Kaste und sie hat eine Kaste und sie hat eine Kaste. Es gibt es in alle Kaste und die Kaste. Die Kaste ist ein Engel. Was? Vielleicht wäre ich nur für mich selbst. Hm-hm. Interessant. Was ist passiert, Merlin? Das ist nicht gut. In fact, ich bin Angst, dass es ziemlich ernst ist. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Weg zu einem besonderen Welt. Ein Mensch in diesem Weltkastel ist responsible für was passiert in diesem Kastel. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir wissen, dass wir auf dich kämpfen können, Merlin. Dann müssen wir ihn holen. Warte mal. Ich bin sicher. 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 in dir, meine Lads!